Jo, servus Leute, jetzt führ mich den Güterzug Durchfahrt in Bad Sotensammünster. BR 185er, 127er bis 8er Zug ist es. Wenn euch mein Video gefallen sollte, gebt einen Daumen hoch oder abonniert mich oder schreibt es unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.